Der Thronwechsel in Dänemark ist vollzogen. Nach über fünf Jahrzehnten als Königin dankt Margrethe II. zugunsten ihres Sohnes Frederik ab. Zunächst unterzeichnet die 83-jährige Monarchin genau 52 Jahre nach ihrer Thronbesteigung ihre Abdankungsurkunde. Im Anschluss wird der Kronprinz automatisch ihr Nachfolger. Am Nachmittag ruft Ministerpräsidentin Mette Frederiksen Frederik X. vom Balkon des Regierungs- und Parlamentssitzes Schloss Christiansborg zum neuen König aus. Anschließend zeigt sich die ganze Familie auf dem Balkon. Margrethe II. hatte in ihrer Neujahrsansprache überraschend ihre Abdankung angekündigt. Grund dafür soll ihre angeschlagene Gesundheit sein. Wegen ihrer unkonventionellen und unverblümten Art ist Margrethe im Volk äußerst beliebt. Einer Umfrage zufolge sind 82 Prozent der Dänen aber überzeugt, dass Frederik X. ebenfalls ein guter König wird.